Kritik von Menschenrechtlern, von Einzelfällen kann man nicht mehr sprechen. Das ist einfach nur Masche, wer ist das nicht? Wir wollen jetzt gleich erstmal in die Nachrichten reingehen, das machen wir jetzt auch. Trump irritiert mit Blutbadäußerung. Der Ton im US-Wahlkampf wird schärfer. Beim Auftritt von Ex-Präsident Trump in Ohio ging es eigentlich um Risiken für die US-Auto-Industrie. Doch dann sprach der Republikaner plötzlich von einem Blutblatt und sorgte für Irritation. Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei einer Wahlniederlage im November das wahrscheinliche Ende der amerikanischen Demokratie angekündigt. Zitat Wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, glaube ich nicht, dass es in diesem Land noch eine Wahl geben wird. Sagte Trump am Samstag von Anhängern in Ohio. Die bevorstehende Präsidentschaftswahl am 5. November bezeichnet er als das wichtigste Datum in der Geschichte der USA. Für Irritation sorgte Trump mit einer Äußerung, wenn er nicht gewählt werde, werde es zu einem Blutbad kommen. Was er mit der Bemerkung genau meinte, blieb noch unklar, da er in seiner Rede eigentlich gerade über die Risiken für die US-Auto-Industrie gesprochen hatte. Nochmal, Joe Biden ist ein seniler alter Mann, aber Donald Trump ist auch ein seniler alter Mann. Die nehmen sich in ihrer Kompetenz bezüglich Dinge zu merken nicht so viel. Also, wenn das nächste Mal Sleepy Joe in den Ring geschickt wird, das ist halt bei Biden auch so. Der denkt, seine Frau heißt Mercedes. So, es ist ganz, ganz komisch. Kritik von Menschenrechtlern. Die Europäische Union und Ägypten wollen ein Migrations- und Wirtschaftsabkommen abschließen. Die Vereinbarung soll heute in Kairo bei einem Treffen der EU-Vertreter mit Präsident Al-Sisi vorgestellt. Neben EU-Kommissionarpräsidentin von der Leyen gehörend der belgische Premier de Kru, der derzeit die Ratspräsidentschaft innerhalb Italiens Ministerpräsidentin Meloni, sowie der griechische Regierungschef Mitsotakis der Delegation. Ein Ziel des Abkommens ist, die Migration über das Mittelmeer einzudämmen, sowie eine bessere Grenzsicherung Ägyptens zum südlichen Nachbarn Sudan. Als Vorbild gelten Vereinbarungen mit der Türkei sowie Tunesien und Mauretanien. Wie Medien unter Berufung auf eine hochrangige Person innerhalb der EU-Kommission berichten, will die EU Ägypten 7,4 Milliarden Euro über einen Zeitraum von drei Jahren zahlen. Davon sollen 5 Milliarden Euro in Form von sogenannten Makrofinanzhilfen bereitgestellt werden. Ägypten hatte im Vorfeld die Erwartung über Wirtschaftshilfen von ungerechnet mindestens 4,5 Milliarden Euro geäußert. Finanzminister Maid sprach gegenüber dem Portal Ashak Business von 5 bis 6 Milliarden Dollar. Die Investition soll vor allem dem Ausbau erneuerbarer Energien sowie ägyptischen Unternehmen zugute kommen. Flüchtlingsorganisationen sehen das Abkommen kritisch. Pro Asyl erklärte die EU, setzte systematisch auf die falschen Partnerschaften, um Schutzsuchende abzuwehren. Dem ägyptischen Staatsoberhaupt Al-Sisi werden immer mehr Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Ja, also Geld für die Garantie, dass die Menschen zurückhalten und oder zurücknehmen. Das ist dieses Migrationsabkommen im eigentlichen Sinne. Also das ist jetzt aber auch nichts Neues. Wie gesagt, Vorbild sind Tunesien, Türkei, Mauretanien. Das wird an dieser Stelle wahrscheinlich genauso laufen. Die Polizeipräsidentin wurde über rechte Tendenzen in der Berliner Polizei befragt und sagte, Slowik betont, dass die Polizei seit Beginn ihrer Amtszeit eine Reihe von Maßnahmen ergriffen habe, um verstärkt gegen Rechtsextremismus in Berlin vorzugehen. Dazu zählt sie etwa die Einrichtung eines speziellen Kommissarats beim Staatsschutz des Landeskriminalamts. Zitat Wir müssten irgendwann erkennen, von Einzelfällen kann man nicht mehr sprechen. Davon sind es einfach zu viele, sagte Slowik mit Blick auf rechte Chatgruppen und andere Äußerungen von Beamtinnen. Ich war, als ich das gelesen habe, schon, holy shit, Alter. Ich dachte, es gibt keine strukturellen Probleme. Aber dann habe ich weitergelesen. Hinweise auf Strukturen oder eine rechte Organisation innerhalb der Behörde gäbe es bislang aber nicht. Bei einer Pressekonferenz am Rande der Ausschusssitzung zogen die Sprecher der beteiligten Fraktionen eine Bilanz der bisherigen Sitzung. Der Ausschussvorsitzende Vassili Franco fasste die wesentlichen Erkenntnisse nach der Befragung Dutzender Polizeizeuginnen zusammen. So sei auffällig, dass sich die Qualität der Ermittlungen zu der Serie seit 2017 deutlich gesteigert habe. Zuvor sei kaum strukturiert vorgegangen worden. Insbesondere die Datenauswertung sei vor allem mit Blick auf technische Defizite mangelhaft gewesen. Zudem gehe es den Schilderungen von Führungskräften und tatsächlichen Ermittlern hervor, dass die Kluft zwischen Theorie und Praxis sehr groß gewesen sei. Vieles hat auf dem Papier existiert, aber war den Beamten am Tatort aber nicht bekannt oder wurde nicht angewandt. Also geht es um eine Qualitätssicherung auch. Also doch keine Einzelfälle. Also zumindest in Berlin nicht. Laut der Polizeipräsidentin Slowik. Mehr als 300.000 Flüchtlinge im Jahr seien zu viele, meint CDU-Chef Merz. Deutschland könne maximal 100.000 integrieren, sagte er in einem Interview. SPD-Chef Klingbeisch sieht in der Forderung nur Populismus. Merz bezieht sich dabei auf seine Äußerung von Sachsens CDU-Minister Michael Kretschmer. Dieser hatte sich für die Aufnahme eines Flüchtlingskontingents von jährlich 60.000 bis 100.000 Menschen ausgesprochen. Dies beschreibe ungefähr, Zitat, was wir heute mit unserer Integrationskraft noch leisten können. Ebenfalls offen zeigte sich der Oppositionsführer für sogenannte Drittstaatenlösungen. Ja? Schon gehört? Ruanda. Dabei werden Asylverfahren in anderen als sichere Herkunftsländer deklarierte Nicht-EU-Staaten ausgelagert. Sollte er Bundeskanzler werden, wolle er durch die Welt reisen und nach einem geeigneten Land suchen, das die Asylverfahren abwickeln kann. 2025 kann kommen. Die Auslagerung von Asylverfahren nach Ruanda, so wie es Großbritannien plant, sei, Zitat, im Prinzip eine gute Idee, sagte der CDU-Chef. Er müsse dabei aber geklärt werden, wie die Verfahren in Ruanda, Zitat, im Einklang mit unseren menschenrechtlichen Verpflichtungen gestaltet werden können. Ah, ja, genau. Gut, Menschenfreund Friedrich Merz. Forderung nach Bürgergeldreform. Ein Name der Klarheit schafft. So beschreibt die CDU ihren Vorschlag zur Bürgergeldumgestaltung. Die Grundsicherung sieht deutlich schärfere Sanktionen vor. Eine umfassende Abstimmung innerhalb der CDU hat es in den letzten Tagen gegeben. Jetzt liegt das Papier, das lange gehütet wurde wie ein Schatz, dem ZDF vor. Die neue Grundsicherung steht oben drüber und soll die Blaupause für eine neue CDU-Sozialpolitik sein. Gute Sozialpolitik macht eine Gesellschaft stark und widerstandsfähig. Die neue Grundsicherung sei eine Unterstützung, so sieht es dem Papier, das am Montag im CDU-Vorstand abgestimmt werden soll, vor, die nur diejenigen zusteht, die ihren Lebensunterhalt nicht durch eigene Arbeit oder Vermögen bestreiten können. Mit dem Bürgergeld der Ampel seien die falschen Anreize gesetzt worden, so die CDU. Künftig heißt es, wenn es nach den Christdemokraten geht, jeder, der arbeiten kann, sollte auch einer Arbeit nachgehen. Wer sich weigert, muss mit Konsequenzen rechnen. Auf die Fresse. CDU-Generalsekretär Carsten Ninnemann hatte in den letzten Wochen intensiv für diesen Kurswechsel geworben. Dafür hat er sich unter anderem die Mitarbeit des Präsidenten des Bundessozialgerichts Rainer Schlegel versichert, der am Montag als Mitautor bei der Vorstellung dabei sein soll. Außerdem wurden die Vertreter der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberflügels der Union einbezogen. Karl-Josef Laumann für die CDA und Gitta Connemann für die Mittelstandsunion. Linnemann war es wichtig, dass alle in der CDU bereit sind, diese große neue Linie in der Sozialpolitik mitzutragen. Und ich kriege wirklich große Augen, wenn ich eine neue Linie höre und große Reformen, weil das Einzige, was beim Bürgergeld gerade logischerweise auch verfassungsfeindlich ist, ist Sanktionen, die die Lebensfähigkeit halt angreifen. Und wenn ich eine CDU-Reform bezüglich der neuen Grundsicherung sehe, glaube ich, dass die da ran wollen. Hm. Die Union will wieder auf Sanktionen setzen. Ha, ich bin überrascht. Das Bürgergeld habe den berechtigten Anspruch der Steuerzahler ausgesetzt. Die CDU will, dass jeder die Verpflichtung hat, alles zu tun, um möglichst schnell wieder ohne Unterstützung der Solidargemeinschaft auszukommen. Sogenannte Totalverweiger sollen nach dem Konzept als nicht bedürftig eingestuft werden. Das ist eine 100%-Ressanktionierung. Für 6.000 Leute ungefähr. Na, weil das 0,07% oder so sind. Also absolut jeder, der die Zahl kennt, weiß, das ist irre. Also es ist wirklich winzig. 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 Auch ein weiterer Punkt des geltenden Bürgergelds will die CDU zurückdrehen. Bereits ab dem ersten Tag eines Leistungsbezugs soll es wieder eine Vermögensprüfung geben. Dabei soll das Schonvermögen, also das Vermögen, auf das der Staat nicht zugreifen kann, abgesenkt werden und von der Zahl der Arbeitsjahre abhängig gemacht werden. Ha, 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 ha. Die größte Reformidee versteckt sich allerdings im letzten Satz des Papiers. Die CDU schlägt vor, dass künftig das Nebeneinander von Sozialhilfe und Wohngeld aufgelöst werden soll und in einer einheitlichen Grundsicherungsstruktur gebündelt wird. Das bedeutet, ja, du kriegst nicht mehr Wohngeld und dann halt eben die Grundsicherung, sondern du kriegst eine Grundsicherung, von der du auch deine Miete bezahlen musst. Das C in CDU steht übrigens für christliche Werte. Nächstenliebe. Blick auf die Schwächeren, Unterstützung, Solidarität, Sozialstaat. Cheers. Ja, um das jetzt hier mal wirklich fachlich auseinanderzunehmen. Da gibt es eine wundervolle Aufarbeitung von Maurice Höfgen, dem Top-Ökonom. Top-Ökonom. Grüße ich ihn raus an Maurice. Also, wenn wir von einer Totalverweigerungssanktion von 100 Prozent sprechen, dann ist den Leuten ja, die das hören, vielleicht nicht klar, um wie viele Menschen es da geht. Die nackten Zahlen zeigen, so vielen Totalverweigerer sind es nicht. Von den 3,9 Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldempfängern sind lediglich 23.400 Personen mit Sanktionen wegen mangelhafter Mitwirkung belegt. Das sind also gerade mal 0,6 Prozent. Dieses Gesetz, das ich ja um diese ganz vielen, super vielen Totalverweigerer drehen soll, die sich da anscheinend bewegen, betrifft 0,6 Prozent der erwerbsfähigen Bürgergeldempfänger. Das ist irrelevant. Das ist irrelevant. Diese Größe ist irrelevant. Da muss man nichts machen. Das ist einfach nur Masche, um auf Arbeitslosen rumzutreten. Mehr ist das nicht. Wenn man die Zahlen kennt, ist das kein Problem. Ich verlinke euch gerne nochmal den Artikel. Es ist nicht notwendig, das Bürgergeld zu reformieren. Ist es nicht. Es ist Stimmenfang ohne jeglichen konkreten Nutzen. Ich möchte aber mit einer guten Nachricht aus den Nachrichten herauskommen. Nämlich, trotz der Blockade der FDP und des Enthaltens aufgrund dessen der Bundesregierung hat sich die EU auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Das geplante EU-Lieferkettengesetz hat eine entscheidende Hürde genommen. Trotz Widerstandes in der deutschen Bundesregierung hat eine ausreichende Mehrheit der EU-Staaten das Gesetz zum Schutz der Menschenrechte unterstützt. Und das ist wichtig, denn das Gesetz soll dafür sorgen, dass europäische Unternehmen die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards in ihren Lieferketten sicherstellen. Also auch bei ihren Lieferanten. Unternehmen müssen nun künftig europaweit dokumentieren, dass von ihren Importen importierten Produkten aus Drittländern nichts, dass das dann nicht zu Kinderarbeit oder Umweltschäden führt. In Deutschland hatte die FDP ihr Veto gegen das Gesetz eingelegt. Die Liberalen befürchten etwa, dass sich die Betriebe aus Angst vor Bürokratie und rechtlichen Risiken aus Europa zurückziehen. Deshalb enthierte sich die Bundesregierung bei der Abstimmung in Brüssel. Eine Enthaltung in dem Gremium wirkte wie eine Nein-Stimme. Und jetzt muss man aber dazu sagen, es gibt ja für Deutschland schon ein Lieferkettengesetz. Also man muss das irgendwie in Deutschland schon machen, aber es gibt ein entscheidender Unterschied ist, dass mit dem neuen europäischen Gesetz auf EU-Ebene halt jetzt auch Konsequenzen drohen. Denn in der Vergangenheit ist es so gewesen, und das ist ja das Problem des Lieferkettengesetzes gewesen, das man national hatte. In der Vergangenheit war es so, dass wenn man seinen Lieferanten gefragt hat, hey, hältst du denn die Menschenrechte ein, ist das bei dir alles fair? Und der hat gesagt, ja. Dann hat man glaubhaft versichern können, ja, ja, ich habe mich darum gekümmert. Das ist jetzt anders. Jetzt muss man tatsächlich dafür sorgen, dass die im Gesetz hinterlegten Standards eingehalten werden. Ansonsten reicht es nicht mehr auszusagen, ich habe es versucht, man wird trotzdem zur Kasse gebeten, wenn man das nicht einhält. Auch wenn es abgeschwächt ist, ich glaube, da ist noch was rausgenommen worden, genau. Der angenommene Gesetzesentwurf sieht dabei weniger strenge Regeln zuvor als der ursprüngliche Entwurf. Zunächst sollte das EU-Lieferkettengesetz bereit für Unternehmen ab 500 Beschäftigten gelten. Jetzt sind es aktuell 1.000 Beschäftigte und Umsatzschwelle liegt bei 450 Millionen Euro. Das wurde also nochmal verändert. Nichtsdestotrotz ist das ja eine gute Sache. Alles, was das angeht, was von der ökonomisch orientierten Wirtschafts-FDP versucht zu blockiert werden, kann eigentlich gar nicht so schlecht sein. Deswegen, Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Daumen hoch. Vielen Dank.